zog nie soviel soviel euer sagt ja leute herzlich willkommen um bedingt in fallout 4 an die nächste folge und nicht die letzte folge wir sind jetzt was haben wir lassen gemacht so wir sind englische umgebung ja ich habe kurz kurz aufnahme habe ich hier die umgebung gezeigt weil es ist das ging stoff frauen ja nämlich das auch das auch und nervt mich nicht so also das brauchen wir weil es ist okay das brauchen wir nicht kippie er hat mich nicht das buschläger dann die haben wir den baby jemand schön verhauen das ist ein bär muss man aufpassen weil der ist übertrieben stark habe ich euch gesagt es ist gut bin ich in die umgebung gegangen genau das brauche ich naja top zu aktivieren alter der ist übertrieben stark legt mir arsch konnte sein dass ich verwecken auch paar werden um dein leben granaten haben wir auch eine jahre supi aber dass uns erreichen zu versiegen wirklich ich will genau ja wohl aber der war übert ich spreche mir bevor noch was passiert weil ich will nicht gegen ich habe vor aufnahme sage ich vor allem gegen fünf mal gekämpft ich habe die vier mal gestoppt mit person bekommen ja nicht kaputt das übertrieben heftige werber in je meinem leben habe es gesehen so heftig ich habe gedacht ein coolen kopf erst mal hat mich überrascht weil der ist da und immer mir zwei überraschend bekommen dass er so stark ist also gut dass okay ich habe genau eine waffe so wollte ich euch hier zeigen den umgebungen gerne also was machen wir jetzt ja genau wir gehen kann mir bitte anschauen wir machen ja welche ein klick das ist schon heiß aber wir wollen nach oben du kannst wieso nicht was was fehlt hallo spinnst du wohl weil konnte das ungewöhnlich gefällige gegner deswegen aber ich sehe niemanden hallo gut für das jetzt geht's bei manchmal sind solche sachen nein ja will ich ja konnte sein der kut war eigentlich für welche gegner umgebung deswegen konnte ich nicht schnell reise nehmen machen ok und jetzt zu werden soll ich gehen ganz am ende la lol läuft bei mir wo ist irgendwo da in den häuschen sehe ich ihn mir schon hoi ich fand raus was die roboter in grey garden brauchten und hab mich darum gekümmert außerdem wollen sie jetzt Minutemen werden aber warum nicht wenn sie wollen ok das ist damit passiert was ist damit passiert was ist denn mit dieser burg passiert wenn sie doch so gut befestigt waren das war lange vor meiner zeit aber ich habe gehört dass irgendeine art monster aus dem meer gekommen die die spore zerstört hat viele der anführer wurden in dieser stadt gefüllt und ich schätze dass niemand das risiko eingehen wollte die burg zurück zu erholen ich habe mich immer gefragt ob der verlust der funkanlage der beginn all unserer probleme war soll ich einen stoffdruck in die nähe der burg beordern äh ja wir werden etwas dagegen erfunden und volle burg auf die karten wir sehen uns da ok so also wir müssen die karte ich weiß noch ob es haben die ich für einen iphone füsionkern ok dann müssen wir merken wir da oh feuerzeug gehöre mehr krogen 18 das ist immer gut und monies bei mir sind knapp was ich vielleicht will ich noch machen hier ist so kreuzchen aus holz ok was hast du noch da solche räumchen nächste zu wenig holz oder was scheiße ich glaube dass wir die kehren haben jetzt wenn ich holz genau genau wie er naja das ist sowas und dann ist sowas dann sammeln nix mehr da das gefällt mir nicht so gut das gefällt mir ein bisschen mehr weil wir konnten weil sie in diese ein häuschen die paar läden da rein machen ich kann also okay schon vergessen so was machen wir jetzt ganz toll ist weil ich will versuchen vielleicht können wir schon laden herstellen laden zu verkaufen lokal an führer das muss man unbedingt machen dann kann man okay gut zu wissen lokal führer stufe 2 also dann kann man ja abnicken erst mal dann muss ich auch lokal führer machen so aber eine frage ist wo ist dieses ist das fucking weit meine ich habe schon gedacht das ist alter wieso mir verarschen am arsch der welt das ist hier also ich meine am arsch der welt laufen aber die waffen sind die sich mit immer geiler aus wenn sie immer mehr denn wir würden wahrscheinlich stadt muss ich mir uns umziehen ja 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 komm gehen wir da lang wird uns niemand bemerken es gibt schwere schnagern als wir dachten ach du heilige scheiße ja niemand bemerkt da kommt noch die mut stöckchen hast ein stöckchen gefunden da bin ich so was ich folge dir schon mein freund ja okay diese aber so ist das ammoni wo jetzt ich habe keine ahnung er kommt immer nach oben und da daran will ich nicht reingehen wo ich glaube war ich schon ja war ich schon da ist niemand da sind jetzt auch von stadt sehr viel verbrecher und so weiter so 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 das ist sehr ruhig das finde ich gut machen wir sprechen kurz bevor ich stehe beim start und dann geht es haben wir da das ist nicht so verspricht aus bis jetzt ist niemand das ist gut alle wilde mischli was ist nicht mischli so nur kohler hier haben ja nur kohler gewonnen eigentlich daran sind wir gehen gehen wir da lang ich suche ganzes muni wo es geht in der kirche ich weiß nicht rein lassen aber sprechen wir das ist schon noch sicher gegner gibt wo ja gibt ihr scheiße waffe wechseln ja toll ich könnte mit waffe nicht wechsel das ist das scheiße konnte ich schon aber ich das blöd ist wenn ich hier dann muss ich die ziffern das kann nur aussehen das nix da habe ich so viel schuss versuchten diesen du bist du bist du bist du bist Null. Was? Hä? Wie hat er mich erledigt? Weil da ist schon ein bisschen komisch. Ich schieße auf ihm. Hab schon halb lang. Geht die Kurve wieder rein. Er hat schon wieder volle Leben. Leckt mich am Arsch. Was war das denn scheiße? Uh, das war knapp. Du sollst bleiben. Bravendchen. Ah, fuck. Der ist da. Scheiße. Pitbull. Hilf mir. Ach. Ich will aber ja. Das ist nix. Ok. Erstmal brauche ich jetzt Heimlung schon wieder. Mein Fräser. Komm, komm, komm. Ja, verbrenne dich selber, gell? Ich lasse. Ich muss mich da, Heimlung. Ich lasse. Ich lasse. Ich lasse. Ich lasse. Dann bin ich eher. nochmal gerucht. Nein, ich lasse. ich meine ich verstehe hinter die kirche die rosa war es bin gut das kann nicht sein aber also hat sich versteht was ich ganz ehrlich erhalte ich glaube ich ganze zeit deswegen konnte ich nicht so leicht bekommen waffen nehme ich die einfach mal sehen wie viel schuss habe ich okay und besiegst du ihn ja oder ich habe ihn besiegt ich kann nicht aufgeben scheiße nein fick dich gesellig wieso ich habe so gefühl er heißt sie mal wieder was wirst du mich schon wieder verarschen du kleine pisser jetzt der ist tot wo ist der gut gut gott sei dank habe ich mich hinter den säule versteckt das konnte mir für mich kritisch aussehen also ich schieße und ich treffe ihm nicht was soll das sagt kann mir jemand erklären scheiße ja 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 das ist jetzt schon mal knapp ja 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 Ja, endlich ist der fucking Mutant tot. Meine Fresse, ich spreche lieber. Also, das nehme ich, das, was, so, geiler. Nehme ich, nehme ich, nehme ich, oh, das nehme ich. Hä? Nehme ich, ich tut. Ja, jetzt bist du dort. Gehen zu. Okay. Gucken. Was ist das? Aha, aha. Das muss ja immer, sieht eklig aus, ich weiß, aber wir brauchen das. Nein, okay. Weil immer in diese Sachen, ist irgendwas, immer wieder, so was ich hier essen. Ob der was nützlich ist. Okay. Hier ist was. Nehme ich das. Das. Okay, das nicht. Geh drück. Komm her. Huhn? Okay, okay. Komm ich. Bis jetzt ist nachts. Ist nicht gut. Was mach ich überhaupt da? Egal. Oh, ne. Nix, auch nix. Okay. Gut. Ich sehe sowas nach unten, nach oben. Das fische ich selber nicht. Und hier, also okay, hier ist gar nix. Hier. Geh dorthin. Dorthin. Was hab ich gemacht? Achso. Oh. Muni. Auf vorne. Läuft. So. Also jetzt müssen wir ja schon wieder dahin. Entschuldigung. Jetzt müssen wir dahin gehen. Aber ich hab kurz gespeichert. Wo was passiert. Und. So Leute. Ich werde sagen. Wir machen kurze Cuts. So. Ich hab nicht so viel. Ich hab nicht so viel. Und bis nächstes Mal. Ciao.